Seine Leidenschaft Holz. Seine Mission Nachhaltigkeit. Sein Business Herstellung hochwertiger Möbel nach Sonder- und Maßanfertigung. Sein Credo hohe Qualität in handwerklicher Präzision. Holger Misserl Tischlermeister Tischler Fachbetrieb. Mit langjähriger Erfahrung steht Misserl für Qualität von A bis Z. Vom Aufmaß, Beratung, Fertigung, Kundenservice, Lieferung, Materialauswahl, Montage, Planung bis zum Projektabschluss. Den Naturwerkstoff Holz mit seinen fehlfältigen Anwendungsbereichen zuverlässig einzusetzen, das begeistert Holger Misserl. Aufgrund seiner organisierten und strukturierten Vorgehensweise plant und realisiert er zielorientiert hochwertige Projekte nach Kundenanforderungen. Im Innenausbau, beim Möbelbau, als auch bei individuellen Anfertigungen. Und das alles umgesetzt mit handwerklicher Präzision kombiniert mit digitaler CNC-Technik. Kundenzufriedenheit hat für Holger Misserl höchste Priorität. Das beginnt mit einer umfassenden Kundenberatung und setzt sich fort in der Realisierung der Projekte einschließlich gewünschter Serviceleistungen. Misserl – ein Name, der für Qualität steht. Musik